So ist er reingerutscht und jetzt zählt natürlich jeder Punkt, also deshalb ist er auch weitergefahren. Und auch enttäuscht, dass er diesen Fehler hatte. So, Filip Subcic aus Kroatien, aus der Top-Gruppe mit Startnummer 4, ist er auf Rang 12 gefahren im ersten Lauf. 1,55 Abstand auf oder zu oder matt. Sicher für seine Begriffe dann doch enttäuschend. Für ihn ist es wahrscheinlich um die Spur zu weich, gell, er ist einer, der sehr kurz und sehr kompromisslos drückt. Aber, er kann sich nicht ganz am Zuhal, schon von 50, 95, ja, um 200. Subcic für, so, da muss man Platz machen. Er hatte zwar nicht die engste Linie, aber er hat trotzdem den Zug, wir sagen, den Zug am Ski-Halter.